hallo hier ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun donnerstag den 18 1.2024 ja und unser dachster ist hier weiter nach unten gerutscht aber so richtig auch nicht das ein rindvieh ohne ende oder also ich weiß nicht was ich dazu sagen soll auf tagesebene sieht es ja noch bekloppte aus vor allen dingen wenn man sich den xetra chart anguckt der nun runde zu zwei grüne kerzen beide male tages schluss auf tages hoch aber auch das ding also was das denn das ist das ist gekonnt abgeschüttelt von allen die hier irgendwie mit dabei sein wollen unsportlich unsportliches verhalten kann man sagen aber ist halt so damit gibt es kriegst du immer die leute ein bisschen aus der reserve gelockt kriegt sie provoziert dann werden sie unruhig dann haben sie angst sie verpassen irgendwas obwohl sie eigentlich auch nicht wirklich gar keine richtigen einstiege bekommen und dann werden die gereizt sondern sind sie bereit ein bisschen mehr aus dem portemonnaie zu zecken geben höhere einsätze rein springen irgendwo instinktiv reaktiv einfach hinterher lassen sich von ihren emotionen leiten die das so was angekitzelt werden und dann hat der markt auch wieder das was er will wahrscheinlich zieht man darauf ab keine ahnung als schon ein bisschen asoziales verhalten das muss man einfach mal so sagen kannst du ja jeden tag hier geb runter und einen ganzen tag zur seite kleben bleiben wie als ist das dann das 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 gefällt mir auch nicht also das muss ich schon so sagen vor allen dingen dann auch hier nahe zu tages hoch zu stießen sehr unbefriedigend für alle die da irgendwo noch short drauf gegangen sind wir hatten es heute schon so ein bisschen im ersten update geschrieben als er schon an der 424 angekommen ist dass es auch einfach wieder einen ganzen tag zur seite gehen kann dann wissen ganzen tag zur seite gegangen aber er hat hier oben raus geschlossen was aber nicht gemacht hat dass hier über die 440 drüber zu gehen das war im letzten update bei uns noch mal thema gewesen hat man gesagt wenn er denn heute noch mal schaffen wird über die 440 rüber zu gehen dann schafft er das auch hier nach oben noch mal ran zu springen ist für euch jetzt quasi für die morgen analyse interessant für den nächsten tag weil man letztendlich darauf jetzt aufbauen kann so wie wir das hier gestern gemacht haben können und das ding nämlich jetzt hier wieder runter ziehen und sagen okay wenn es der noch mal hoch schafft wäre es denkbar ran an den channel dann hier so ein bisschen entscheidung halten der bereich zwischen 480 und 530 ist dann entscheidungszone entweder kurzer zuck zurück und volle möhre zurück in die range oder macht hier ein richtig lang und lässt den dann ganz weg ja also setzt sich einfach hier noch weiter nach unten ich würde jetzt erstmal so drinnen stehen lassen oder vielleicht vielleicht machen was anders wir machen es anders wir machen es zweigeteilt weil das ist ja auch nicht zu lang den peter malen weil das gestern schon lange genug erklärt dass das momentan sehr 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 long verstanden wird meine meinung ich aber das gar nicht möchte dass ich so lang verstanden werde weil ich schon aktiv versuche neutral die perspektive zu schildern und es stören sich sehr sehr viele momentan daran dass ich das immer wieder als politische flagge bezeichne und dem markt da oben raum geben die wollen das nicht die wollen das nicht hören dann wird halt mit dem martin geschimpft ist eigentlich auch nicht richtig ja ich bin ja eure neutrale instanz um das aufzuzeigen was ihr vielleicht übersehen könntet ja wenn man das zu einseitig betrachtet und zeige deswegen auf beiden seiten wo sind die potenziale wo kann es hingehen wie mit unserer 330 hier das bewegungsziel ist aber auch nicht wieder getroffen wieder knapp vorbei das ist uns hier unten damals glaube ich auch schon so gegangen das ist uns hier schon gegangen das war auch hier schon der fall ist der der es hier bei jedem tief was er gesetzt hat bei jedem markanten tief was danach nach oben umgeklappt ist ist er immer feuer gedreht da wird mich daher nicht dolle wundern wenn er es jetzt hier lässt aber diesen satz das würde mich nicht wundern wenn er wieder oben steht wir haben die letzten tage sehr 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 oft gebraucht und dann hat es trotzdem nicht gemacht das muss man ehrlicherweise ja auch mal gesagt haben er wühlt sich stück für stück für stück immer weiter runter und sollte der jetzt hier den eine bullenfalle stellen hier rüberschieben und das ding direkt umklappen dann könnte man direkt wieder short sind man könnte auch short sind wenn er an der 480 zum beispiel hart abprallt und sich wegdreht auf neue tagestiefs ja das sind jetzt so die die punkte wo man jetzt sagen könnte okay wie gehe ich denn um wenn ich denn vielleicht schon short bin wenn ich jetzt weiter abwärts will wenn ich nicht davon ausgehe dass das hier ein bullisches muster ist und noch nach hinten auflöst wie verhalte ich mich dann dann könnte man an solchen punkten die wir hier eben gerade genannt haben wie der 480 da oder direkt auf die bullen kann ich will bloß mal kurz was gucken was fällt mir so ein bisschen ins auge ist aber noch nicht relevant aber wir ziehen es trotzdem mal es gibt ja nicht nur bullische flaggen muss da gibt auch noch andere wir lassen uns einfach mal kurz so noch drinnen das will ich mir bloß mal ein bisschen im auge behalten dass das nicht übersehen vergesse diese untere kante die liegt jetzt am mit war halt war der donnerstag haben wir im bereich um 300 310 also sehr wichtig wie geht unser tags im bereich 440 um dass wir von donnerstag ultra wichtig ja auch hier oben wie verhält es sich mit einer 480 nimmt er das easy nach oben alles raus macht das ist natürlich potenzial auf hier wieder in der 455 60 das ist die zone reinzugehen alles was darüber geht ist eigentlich dann ist er raus dann dann läuft er wieder bis hier oben hin dann guckt bestimmt sogar über 8 20 und läuft hier die obere kante an würde auch vom timing gut passen jetzt liegt sie nämlich dann bei 18.900 bei 16.900 entschuldigung aber du gut zum letzten webinar passen ja kommt hier ein fehl signal würde ich wir hatten ja gerade gesagt das wären punkte wo man schon gehen könnte wenn hier ein fehl signal gestellt wird im ausbruch über 440 vielleicht sogar mit dem abstoß an der 480 vielleicht macht er dann kurz den spike hin kippt direkt um neues tag ist tief am donnerstag dann wäre das ein short pass bis auf 300 runter und vielleicht sogar mit spike tief auf 260 um das gap zuzumachen aber man muss auch sagen solche gaps lässt der dax auch gerne mal stehen und dreht vorher das haben wir in der vergangenheit oft schon mal gesehen dass er die dann gar nicht close weil die leute bis dahin ihre shorts immer noch halten wollen die die hier schon drin waren und die die mit dabei waren und die gesagt haben sie interessiert das alles nicht mit der bullenflagge und die kommen dann nicht aus ihrem trade raus weil sie ihre ziele nicht erreichen die dann vielleicht bei 16.000 oder 16.260 oder 16.200 irgendwo liegen ja also das wäre auch da würde ich nicht zu viel drauf hätten für mich ist immer wichtig also ja ein gap close ist ein ziel aber es ist eben auch eine interessante reaktionsmarke aber muss nicht immer alles bis zur letzten rille ausreizen ich würde vielleicht sogar hier auf diese diese kante hier jetzt gucken das sieht mir aktuell vielleicht sogar ein bisschen wichtig aus zumal wir halt nach wie vor immer noch hier so ein bisschen dieses korrektive abgleiten drin haben ja also noch mal zusammenfassend hier drüber fehlsignal 480 ganz genau hingucken drehen wir dort hart nach unten rechne ich mit dem erreichen von 300 300 dann wieder konnte chance nach oben 300 bis 260 wieder konnte chance nach oben kriegen wir hier eine konnte gelegenheit als zum beispiel ball hat hier von oben komplett nach unten stellt hier unten eine grüne stunden kerze wäre das eine lange chance für mich am donnerstag ja weil er von dort dann auch wieder komplett nach oben ziehen könnte das könnte zum beispiel auch so ein aussehen hoch 480 unter 300 und dann wieder hoch richtung 5 30 94 das könnte erschaffen auch wenn es auf die volatilität der letzten zwei tage überhaupt nicht passt aber zu einem donnerstag kann unser dax sowas abliefern das kriegt dahin das kriegt dahin unterhalb von 360 muss man dann aber auch festhalten das ding ist durch die flagge wäre dann durch dann wäre auch dieses dieses muster durch und dann hätten wir warum springe ich denn jetzt hier um auf den und dann hätten wir auf der perspektive tatsächlich nur noch festzuhalten dass wir hier ja langsam wirklich richtung 16.000 unterlaufen ja also wir haben dann hier auf 16.100 noch einen wichtigen punkt wir haben die 200 tage linie im bereich um 15.920 liegen so dass man hier auf jeden fall unterhalb dann noch definitiv potenzial hat ja in dem moment wo jetzt das als umkehr dann dient die umkehr fortgesetzt wird der markt sich jetzt mit weiteren tieferen tiefs das ist das was wir auch gestern wieder gesagt haben immer wieder fortsetzt würde ich nach unten raus eher die short position suchen ja haben wir gestern auch so gesagt auch wenn man hier jetzt zum mittwoch ist ja so nichts reißen konnte mit einem short das das ist ja einfach so der dann nichts geliefert also dann gut wenn man vielleicht 50 30 punkte bloß haben wollte aber das wollen die meisten ja nicht nein wir wollen ein bisschen mehr haben hat aber nicht geboten schade das ist einfach das ist so geschiebe nach einem gäbe das immer scheiße zu handeln für die meisten hat das ist ärgerlich einfach das ärgert viele aber das manchmal auch das ziel von dem markt dass die einfach ein bisschen risikofreudiger werden ein bisschen aggressiver ein bisschen stinkiger ein bisschen angepisster ein bisschen druck kriegen auch weil sie angst haben sie verpassen was dabei und müssen jetzt hier noch was machen und dann sitzt das geld lockerer der finger am abzug sitzt lockerer und dann kann der markt den leuten schöne falle stellen und die und die schön ausnehmen das riecht es riecht hier wirklich momentan sehr 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 interessant auch wenn sie es vom verlauf technisch hier mit den letzten zwei tagen nicht schön nutzen lassen muss man muss man so sagen ja aber ich würde 480 440 aufpassen alles darüber zeigt für mich noch meinen bereich 45 65 gucke ich mir genau an alles auch darüber er sagte eher nach oben eher nach oben wieder richtung 700 richtung 800 und bei weiterem abkippen gucke ich mir die 300 hier sehr sehr genau an schöne chance nach oben 300 bis 260 und alles unter 300 2 60 geht dann runter in die 16 100 runter in die 16.000 ja und dann kann man hier auch mal mit graysmanzin anlegen also das guck mal dass das wäre easy erreichbar so ein 200 taggellinie dann auch da schön und das letzte tief noch mal drunter er könnte sogar ganz problematisch noch hier ein schlenker reinsetzen aufs ausbruchs niveau einmal zurücksetzen und dann sogar noch ein ein bullisches muster fortsetzen hier wieder aufdrehen gucken uns aber alles stück für stück an ja so für sich denke ich haben wir schön können wir trotzdem schön abstecken auch wenn er sich ein bisschen also zerfält und ich glaube da ist zum donnerstag was drin ich drücke euch auf jeden fall die daumen dass ich wieder so ein geier wird und so geschiebe wird aber ist eine interessante konstellation ich mache vielleicht den unteren pfeil hier auch mit rein wenn er hier drauf setzt 300 260 sehr interessante zon 33 300 er doch 360 ja wird erst mal so belassen und wir können ja vielleicht auch den noch mit reinnehmen alles was dann hier tiefer geht geht dann wirklich richtung da unten und tiefer okay den immer raus dann wird es ein bisschen übersichtlicher immer haben wir ein bisschen dünner der sieht zu wichtig aus ist aber gar nicht so wichtig so okay gut so haben wir es mache ich zu wünsche euch viel erfolg gutes klingen wir uns morgen wieder bis das enttäuschen